Herzlich Willkommen zurück Leute zu ner grandiosen Runde Counter-Strike mit V10, Maru, Adams und Kunra. Hallo, wo muss ich hingehen? Wo muss ich hingehen? Das wissen ja nur wir. Ja, das wissen ja nur wir. Ich hab dein Anime-Intro gesehen, das ist gut. Geh mal mit B. Ich mach Seiden. Ja, dann werd ich wo unten. Du machst Water? Okay. Ne, Items gibt Water, hab ich gesagt. 5k in B, 1, 2, 1. Ich hab hier Water einen. Passt in die Titanic, äh ne. Passt in die Titanic, aber hier lang auch. Glaub nur der eine gewesen, oder Wex? Ja, die anderen haben alle zu viel Schiss. Oh, Maru. Hallo. Das war ein One-Click. Einer bei mir. Bombe war hier. Oh mein Gott, der hat sich in den antiken Gegenständen versteckt. Verdammt. Bumble is down. Du warst Dragon Tattoo, oder Wex? Ja, der letzte ist am Dragon Law gegangen. Ey, wir spielen gegen Tai-Lo. Tai-Lo? Tai-Lo. L-O-W, oder was? Europäisch, der sieht aber sehr basisch aus. Ja. Aber er ist selbst verwirrt, was er eigentlich ist. Mal Drop-Up-Boost, Kunran. Und gegen den Indischen, ich hätt's Tai-Lo gegönnt. Ich hätt's Tai-Lo gegönnt. Ich hätt mir gern Merch gekauft, ob der ist er. Ist eigentlich auch ganz cool. Ist eigentlich auch alles, äh. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Satz hinwolle, wenn ich ehrlich bin. Grenade out. Gut, dass du das selbst erkannt hast. Aha. Aha. Wex hat Freunde. Ja, komm, komm, komm. Und lass ich mich. Ich hab hier ein Hühnchen. Ja, das scheinen alle zu sein. Ja. Ist er abgehauen? Ne. Bombe ist bei uns oben. Wollen wir down bei uns oben? Oh Gott, einer kommt hier. Ich bin down. Der steht unten im Water. Noch einer unten im Wasser. Ja, der hat das Alterswacht wahrscheinlich. Ist hochgelaufen. Der ist hoch und kommt Richtung draußen wieder. Der könnte zum Beispiel mit mich abfangen denken. Dankeschön. Dankeschön. Da steht der mit der CZ vor mir und ködet mich im Zweikampf mit einer MP9. Das Ding ist so OP. Die MP hier. Nein. Das ist ja der Trick einer Sache. Ja, aber er stand halt einfach an der... Der meint wohl die CZ. Die CZ hat gerade... Der hat zuerst auf den Kopf geschossen. Ich narr. Der Gegner hat zuerst auf den Kopf geschossen. Ich glaube, auf die Distanz wäre egal gewesen, welche Waffe er gehabt hätte. Das ist ja der erste Headshot. Ich glaube nur USP nicht. Alle anderen Waffen... Hatte Alums einen Helm. Natürlich hatte ich einen Helm. Oh. Noch einer. Komm, das ist einer. Da ist die Bombe, Wexerino. Ja. Schmeid hilf schon. Wir haben gar nichts zu tun. Was soll denn sowas? Ich zerstelle jetzt hier Eigentum. Was soll denn so scheiß? Die war leicht im Stress. Wenigstens hatten wir die ersten beiden noch schnell gekillt. Werner hat nur den Nade abbekommen. Alter. Sehr gut ausgeräumt. Ich hab mal 39 Rüstung. Ich kauf mal Rüstung nach. Yay. Ich hau richtig auf den MP5 drauf, wenn ich die auswählen. Kabumm. Jetzt nicht mehr Boost. Richtig der Slap. Aber das werden sie auch nicht mehr machen, glaube ich. Das war jetzt. Bei einer UC aber aufpassen. Wenn die auf die UC drauf passen, dann geht die los. Ich hab nen Drop vor mir. Ich bin tot. Dankeschön, Wechs. Problem. Was? Da ist keine Skybox mehr. Okay. Bombe down. Äh. Ich hab A lang. B lang ist auf jeden Fall G. Ne? 1 oder 2. Ah, schieb zu besuchen. Auch nicht. War die Bombe jetzt weg? Ich konnte nicht gucken. Also ich wollte nicht gucken gehen, weil ich alleine war. Die war wenn im Water. Ja, hier ist was. Wie lang ist weg? Super low. Bei euch? Ne. 7 HP hat er gehabt. Ist Treppe hochgegangen. Ist, oder ist unten da. Also in dem Raum müsste er sein. Ich glaub unten links. Äh, Dropper ist ne Flammengranate gebrochen. Wollen sich auf... Ne, Bombe ist bei euch noch. Ne, warum ist es nicht hier? Von rechts kommt einer, Kunran. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hätte Angst die Waffe aufzuleben, weil ich eigentlich mich nicht verraten wollte, aber... Shiloh. Alles weg, Schuld. Alles weg, Schuld. Alles weg, Schuld. Ja. Ja. Höre ich öfter. Wir dürfen uns alle einigen. Gebt ja nicht um Grund. Ich bin jetzt gekommen, um alle... Dinge zu lösen, ja? Die wollen hier durch pushen bei mir. Wex, die können zu dir durch. Ja, ja. Hilfe. Oh. Down. Schön. Das ist das... Das ist der Sound der Liebe, ja? Nice. Ey, da sind zwei Smokes weg. Mach mal das da. Da ist noch einer oben. Da ist noch einer oben. Hier rüber. Ja. 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 Wir können... Ich geh zurück auf'm A-Spot. Ich kann hier unten nicht alleine halten. Ich hab Kuh. Hast du... Hier hinten? Okay. Dann geh ich... Nein, ich bin runtergefallen. Der ist am Boden, der ist, wird grad durchgegangen. Ja. Hat uns beide, der hat auch die Bombe. Ja. Und planted. Oh, vielseke. Sehr gut. Keine Balls. Oh. Das ist mein defuse. Do it. Do it. Ja, nö. Das Kind sollte er mitnehmen, was er sagt. Shoot him. Aber da war lange gebraucht zum Schreiben, weil die Runde ja schon vorbei war. Sonst muss er echt auf die Tastatur geguckt haben. Sonst hätte das Zeit nicht... Oder er musste die Sprache umstellen. Ja, okay. Nice. Ich muss ja gucken. Obwohl er aus Europa kommt. Ja... Wieso? Er spielt ja nur für das EU-Team. Ist ein Teil von Russland nicht auch noch in Europa? Hä, wieso sollte ein Thai von Russland... Geografisch gesehen. Geografisch gesehen. Ich bin fullflashed jetzt. Ich weiß nicht, ob ich einen habe. Wahrscheinlich... Oh, hier kommen wieder Schoddy. Ja. Drei Stück, glaub ich, im Dortmund. Push doch an der Seite hier. Der ist jetzt rausgekommen, oder? Ja. Ich dachte, lang ist auch einer. Pass auf. Du lebst so, oder? Das ist eine Party gemacht. Connector ist gut umgedeckt, Leute. Ist raus? Ist raus? Ist raus gut nach Vorsicht. Ja, ich bin da weg. Ich bin. Bombe ist da bei uns, ne? Einer ist da drin oder noch. Alter, da liegt auch irgendwo ne richtige Waffe. Hey! Hey! Ja, siehst du mal wie ranzig die Waffe ist? Wo war der? 8 zu 2. Der geht rückwärts. Der geht rückwärts. Der geht rückwärts. Wir haben ja die Bombe. Da vorne würde ne M4 liegen. Da liegt nur ne Shotgun. Weiter links. Weiter links. Weiter links. Da. Da links. Ich sterbe jetzt beim Waffenwechsel, by the way. Achso, der. Okay, Bombe. Würde ich da bitte reinlaufen? Könnt ich da bitte? Dankeschön. Der geht rückwärts. Der geht rückwärts. Guck dir beide auf den Dropper. Okay, dann guck ich nicht mehr auf den Dropper. Dann stell ich mich so, dass ich hier gucken kann. Wollen wir ein bisschen weiter nach rechts ziehen? Da wo das Schwarze ist, hinziehen. Was ist da? Da. Ja. Ist der eine coole Waffe gehabt, die er safen möchte? Mein MP5. Also er kann sowieso nicht mehr planten. Solange wir jetzt auseinander gehen ist alles gut. Aber hier hast du die wieder. Darf ich mir wieder meine Scout holen? Ich hör mich da raus. Papa, darf ich? Man, oh, dann halt ein 4. Maru schüttelt mit dem Kopf. Kindergeldantrag ist da. Ich hab das Gefühl komm bitte. Ja, ich hatte hier auf jeden Fall gerade Freunde. Also eine Nate. Kann ich dazu sein? Nein! Der Motherfucker Captain Egg. Auf den Seitengang. Kann es nicht glauben. Wir kommen wahrscheinlich von Water unten. Ne, okay. Hast du Water? Okay. Ich hab Water, ja. Okay, dann mach ich hier lang. Da war er gerade. Da war er wieder. Ah, nein. Ich bin down. Da kommt einer von Kugang glaub, heißt er. Könnte schon gut sein. Ja, Bombe ist bei euch. Ich hab beide. Ah, okay. Water, äh. Äh. Die da. Aber der skin ist so hässlich, dann nehm ich die beiden in Ordnung skin. Ist das eigentlich die richtige Taktik? Ich frag nur allgemein mal. Wenn du mit einer AWP Long Range jemanden facest und gegen eine Rifle oder sowas, dann noch weg springen oder wieder versuchen nochmal den Frag zu holen? Was heißt so weg springen? Ja, er ist ja jetzt gerade eben weggesprungen. Er ist ja zweimal gesprungen. Einfach zur Aufhaltung. Oh. Der stehen geblieben wäre ja im Normalfall tot gewesen. Also schneller noch. Ja, aber er hat sich ja weggedreht in dem Moment. Hätte er weiter zu dir geguckt, hätte er beim Aufkommen ja wieder schießen können. Das ist das, was ich frage. Äh, hättest du ja auch erst mal scopen und sloppeln. Oh, das ist schon alle durch. Okay. Also ist das schon die richtige. Das ist schon an der Plateau. Zwei durch und zwei durch. Bombe ist auf V, oder? Ich glaub ich auch. Da ist die Bombe. Zwei Stück Dropper. Einer low, zwei springen runter. Aber die ist drin. Äh. Ja, die Flash. Ja. Hat keinen Hit bekommen. Aua. Da ist noch einer im Dropper. Ich glaub rausgesprungen. Ohhhh. Ich glaub nicht mehr am Leben. Ich glaub nicht mehr am Leben. Ich aber nein. 90 in 1. Auch jemand weiß? A Dropper Boost jetzt bitte. Jup. Mach. Ich finde das ist ein teammate flay. Ja, wen ihr noch sonst ne? Irgendein Old Chat. Ja. Ja. Er hat doch geschrieben, dass ihm gut geholfen hat. Ja. Er hat doch geschrieben, dass ihm gut geholfen hat. Nein. Nein. Wie kann. Was. Dieser Typ hat so viel Glück. Ohne Scheiß. War nicht zwei bei euch? Ja. 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 Einer ist schon durch. Das war blöd. Er ging zu kurz. Ich kann jetzt scheiß Smoke hier mal weg gehen. Einer ist an der Seite. Ja. Einer ist hier unter Balkon. Letzter unter Balkon. Achtung Maro. Die Nate könnte dich töten. Ich hab kein Kind. Achst du das? Nee. Jetzt müsst ihr auch nicht mehr wechseln. Ja, ja. Aber übrigens hast du ja... Nein. 0,1. 0,1. Er hat nicht mal was gesagt diesmal. Also ich hab auf die Voice-Quote gewartet, die bei 3 Sekunden kommt. Der hat selbst auch dran geglaubt. Ja. Deswegen hat er nicht aufgegeben. Ja. Er hat nichts gesagt. Dankeschön. Gibt es noch eine? Okay. Der Typ gerade eben hatte übrigens zu viel Glück für meinen Geschmack. Ey. Was soll ich sagen? Der indische Laster. Der Typ, der dich auch getötet hat. Das ist der Lacher gewesen. Das ist unglaublich. Ich muss dir mal meinen Laster zeigen. Sexueller Belästigung. Japania. Ist durch. Hat noch Leben. Drei. Ja hier sind mehr Steps. Die sind hier. Kommt drüber. Kommt drüber. Bomb ist auf Spot auf jeden Fall. Noch einer. Achtung. Einer oben. Einer unten. Einer oben. Einer unten. Zwei. Zwei. Die acele sind. Weil ich die ganze Zeit drauf schieß. Aber nichts passiert. Naja und du hast ja nicht den melody so um dasités bekommen. Das heißt du hast gar keinen Schaden gemacht. Ja richtig genau. Ich weiß nicht, wie ich die gerade beide getötet habe. Aber hey. P 3. Warp 5. Ab, niemand. Wo lista. Oh, die kommen bei mir glaube ich. Ja, ich höre eine Menge bei dir. Jawoll! Guck mal, die haben wieder keine Arme. Minimum zwei weniger bei dir. Da ist noch einer oben mit der Bombe. Oh, der ist oben mit der Bombe. Indisch. Was? Schon wieder, Alter. Abstaube. Hier ist die Bombe dauernd, du. Ja, ja, ja. Abstaube. Ja. Pferdegang. Ey, 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 ey. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich schieße dir ins Knie. Ah, Manu, ich habe nicht mal den Schuss getroffen. Was soll denn sowas? Mach mal mal Dropperboost jetzt. Echt, das hat er von ab wie du spawnst? Ne, nur wie oft sie damit rechnen. Ich bin flasht. Mhm. Ich komme. Ist dir eigentlich aufm Kopf? Den Glauben nicht weitergekommen. Ich bin nicht weitergegangen, Bix. Ah, okay. Ich war anscheinend nur einer. Ich war nur einer. Einer down. Zweiter down. Oh mein Gott, die Flash war so cool von ihm. Macht mal bitte nichts, nicht pushen. Ah, schade, er hat es gecheckt. Ich wollte mich grad an die AWP anziehen. Abstauben. Hier draußen standen halt ein Sniper und ich wollte mich grad anziehen. Ich nehme Naka für euch mit. Hier, leg Naka. Ich habe eine, danke. Ich habe nicht nach einer gefragt. Okay, okay. Ich muss den Lars noch töten. Okay. Euch bring ich nochmal tote Tiere nach Hause aus Zuneigung. Ey, das ist... Nein, nein, nein. Wow. Ja, ich bin eine Katze. Nein, das ist jetzt meine. Sonst werde ich so direkt an die Polizei weiterleiten. Danke. Wir sind die Kleintierpolizei. Die Kleintierpolizei. Sie haben vier Mäuse getötet. Sie kranke Schwein. Sie gehen in den Käfig für eine lange Zeit. Kann nichts zu sein? Doch, einer ist bei euch lang. Okay, also es scheint ein bisschen dazu. Ich flasche mich selber. Bomb ist down. Ja, vorerst niemals. Oh, ich bin down. Ja, hier sind noch mehr Steps. Hier sind Steps. Ey, du Manner. Ich glaube so. Figaro, Alter. Figaro, ey. Flame die Waffe. Ist ne CZ. Das ist okay. Ich geh down jetzt. Sehr gut. Wollen wir die immer nach oben, oder? Nee, bleib da, ja. Okay. Eins. Oh. Eins. Das Hütchen hatte ich doch mal. Wollen wir die Mombo, oder? Nein, der kommt aber jetzt. Wollen wir schon da bei euch. B oben da. Ja, ja, der jetzt. Hier, hier. Ah, dropper oben. Ja, oben. Da kommt er gar nicht mehr hin. Er muss über B pushen. Du musst, warte auf, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass der B-Plan ist höher, zeitlich. Ich hab dort nur noch B oh... Ja, nicht mehr. Wii 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 wii. Bei meinem Song bekomme ich Bock, ne Scheibe einzuschlagen. Und bei Dallus zäumen bekomme ich Bock, die Scheibe wieder aufzuräumen. Aufzuräumen oder aufzubauen? Beides. Nur wegräumen, nicht aufbauen. Die bleibt jetzt aber kaputt. Und dann abzuhauen. Wirst du gerade gepusht? B, lang kommt was. Könnte schon vorne bei euch sein. Ja, ich bin down. Wie gesagt, Dropper oben ist einer unten, wie lange das eigentlich ist. Können eine Awe haben, wenn sie Water gehen. Zumindest ist keiner mehr hier. Ich bin am Arsch. Ah doch, er kommt jetzt. Er hat sie angeschlichen. Da. Einer ist auf jeden Fall der Kunde. Vorsicht. Erstmal kannst du das Hula lösen. Oh, das war mal gar nichts. Achttausendeinhundert. Die letzte Runde jetzt, ne? Was ist denn bitte das Spray-Pattern von der MP5? Kennst du das als Zor-Spiel überhaupt? Ja, hallo? Ein Spray-Pattern? Ich hab das Spray-Pattern ins Haus erfunden. Ja, und das war's am Punkt, oder was? Ja. Gibt das nicht nur ne Spray-Wahrscheinlichkeit? Der Spray-Wahrscheinlichkeit. Wie weißt du? Ja, das ist mit 80% Schaden nach links. Ich bin full-flashed. Ach so. Einer down. Okay, ich hab gedacht, du stirbst, also hab ich den landet. Nö, nö. Ich hab nicht mehr Schaden gekriegt. Ihr legt ne AK-Glaubdown, fährt seine Braust. Ja, ich hab den befürchtet. Deswegen sag ich's. Das beinhaltet nur das Gleiche, ja. Einer. Ah, Bombe. Anscheinend. Hier vorher ist nichts. Sag ich jetzt noch. Wovon erst steckt sich der Inder. Ja, B-2-5. Guck mal, warum? Weil, Leute, noch einer mal rechts in der Ecke, genau da. In der... Einer hinten. Einer noch rechts in der Ecke. Ja, hier rechts. Genau da. Wo in der Ecke? Da genau. Nein. Wann ist denn der da weggekommen? Da ist die Bombe oder? Ja. Warum passt mit dem Brett? So stellt's noch mal. Eure Calls da immer. Eure Calls da immer. Ja, ich bin da verschuldet. Eure Calls da immer. Ja, er ist an diesem Toten vorgekommen. Gott, ist schön. Es lecko mir doch nicht so. Ich bin da lang gelaufen. Kann doch nicht einfach auf mich schießen. Bösartig sowas. Doofes Huhn. Kommst in die Pfanne. Mach ein Wok-Wettren. Du in Öl. Du in Öl, ich im Schnee. Wie ist eure Taktik hier? Ich hab keine Ahnung. Meine Taktik. Freistellig am Ende des Matches. Oh, hallo. Also in den Toten klappt das. Guck mal, wenn ich will, kann ich zwar schon die Seine. Ja, aber muss ich schon die Seine. Aber ich will ja nicht. Einer im Dropper. Den kannst du haben. 5 HP wächst im Dropper. Das ist deine, Mann. Und einer. Los, Wax! Der war das nicht, Wax. Du kannst noch eine holen. Du kannst den scharfen, Wax. Ah! 5 HP-Dropper lesen. Wo ist denn der? 5 HP-Dropper haben drei Leute noch geholt. Der hat auch gedrückt gerade. Da hatte ich ja keine HP-5 in der Hand, ja. Da kann man nichts machen. Ei, 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 ei. Da wurde ich auch unter Druck gesetzt, ja? Also... Ja, Reifen arbeiten auch unter Druck. Da ist ja keine Aussage. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Lass mich, lass mich. Hättest zum Beispiel sagen können, dass zu viel Druck auch nicht gut ist. Dann platzen die. Aber hey! Ja, ich hab keine Ahnung, was anderes. Ich dachte dir, zu viel Druck ist immer gut. Ja, klar. Also, zu viel beinhaltet schon... Ja, dass du das nicht gut ist. Lassen sogar Druck brauchst du, Flex. Aber zu viel, weil die Kombination ist nicht positiv. Zu viel Lasagne ist positiv. Man stirbt glücklich. Man sieht da nur durch das Smoke fliegen und hört nur noch einen Headshot-Sound von der Shotgun. Oh! Oh, das war ein Reflex. Alter, du hast auf den Radar gekuckt und geschossen. Ja, okay. Ton schießen! Ja, die Schottis. Das ist das Beste, ja? Fortnite, CSGO, egal wo. Shotgun ist der Shit. TTT. Im echten Leben. Im echten Leben mit der Schottis. Da bist du auch safe. Findest du immer einen Parkplatz? Mit der Shotgun ein Treffer und du weißt, dass der da nicht zurückschießen wird. Vor allem, du hättest ja auch noch... So was wäre, die Gegner zu Alzheimer zu tragen. Was machst du denn? Alten Heime raiden, oder? What the fuck? Dropper 60. Einer ist hinten am Brunnen. Mein Kill. Oh nein! Oh, da ist noch einer an Niere. Dropper 60. War an Niere, ey. Schön wächst, das war echt nicht schlecht. Das da hingegen... Wollte nur wegfliegt sehen, ja? Das war alles... Oh Leute! Im Dropper drin ist noch einer. Dropper letzter weg. Aha, pass auf. Dropper ist rechts von dir. Er trau's schon. Ich weiß nicht, warum ich gerade im Dropper mit dem Typen oben gerechnet hab. Wir spielen doch T. Das war nicht so gut. Geht ihr immer B? Ja. B ist... 16 mal B. Auch wenn du als T anfängst. Das heißt aber als CT alle B. Ach, da steht er jetzt. Der Mini Roof. Au! Wieso hab ich für jede Listies bekommen? Der muss auch Dropper gewesen sein. Jetzt wächst unbedingt die Kills. Jetzt greift er schon die Teammates an. Hinter links, 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 links. Oh, der hat gestorben. Ah, der Tür ist der letzte. Er ist doch immer auf Scheiß 2. Okay. Die ist sehr schlecht geflogen, die ne? Okay, an der Tür war der letzte. Ah, der ist jetzt tot, okay. Ja, könnt ihr alle mal Job mit den Waffen gegen den alten rausschneiden? So und jetzt bitte alle A jetzt. Also ehrlich jetzt. Die Bomben? Nee, ihr könnt die Bomben auch mitnehmen. Ich will mich nur an dem einen Typen jetzt richten. Okay. Ich taser ihn jetzt nehmen. Scharisch, Blutwurst. Ich hoffe, es ist der indische Last. Ich hoffe, es ist ein 360, den du vorher machst. Nee, das ist A. Ah, achso. Das ist das Half Life da. Ich kann's auch sagen. Lamba. Deswegen, wenn ihr jetzt alle A geht, dann pusht er zurück und dann kriegt er einen Taser. Das ist der Plan. Auf dem Papier. Ich hab ne Awe bekommen. Ich wollte zu Weihnachten noch Socken. Warte, hier brennt es. Du willst euch ein bisschen Zeit lassen. Ah. Und noch einer? Frei vor dir alter, du. Oh, hab ich den zu dir rüber gedacht. Oh man, das wär so cool gewesen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist Wunder gesprungen? Ja. Ich hab einen Spot. LOL. Guter, guter, boah. Ich bin auch noch Skop dabei. Ja, guter, bin auch noch Skop. Wenn man's richtig zusammenschneidet, geht das doch klar. Ist ja danach gestorben. Ist ja danach gestorben. Auch die Richtung, wie das Raider geflogen ist. Alles 1 A. Ja, ist halt verpackt. Was werde ich jetzt, ja? BMG, oder? BMG. Ja, echt? Ja, bitte. Gold 2. Oh, Gold 1. Null. MG1, ey. Hätten wir ab. Die MG wäre noch gut gewesen. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like, Schreibt mal an, bei euch ist ja immer gut. Ciao. Tschau. Tschau. Der Ukraine's up. Tja. Tja. Tja.